Bestimmt haben auch Sie schon oft gehört, der Mensch ist auch nur ein Tier, der Mensch ist sozusagen ein komplizierter Affe, ist auch sozusagen ein Zufallsprodukt der Evolution und man soll doch nicht so ein riesiges Theater machen um den Mensch. Das ist doch nicht die Krone der Schöpfung, das ist doch nicht das höchste Wesen, wir sind alle auch nur Tiere. Das wird oft auch verwendet, wenn man sich wegentschuldigen will, wenn man etwas getan hat, man ist fremdgegangen oder man hat Gewalt angewendet oder man ist aggressiv und so. Also wird das oft auch verwendet im Sinne von, ja ich konnte halt nicht anders, das sind halt meine Instinkte oder meine Gene oder was auch immer. Also davon, da gibt es viele Philosophen auch und Neurologen und Spezialisten und Fachleute und Akademiker und Bücher und Bestseller von dem Harari Homo Deus bis zu Feuilleton Beiträgen und Fernsehbeiträgen, in denen Leute auftreten, die im Grunde immer das Gleiche sagen, nämlich wir sind auch nur Tiere, so wie andere Tiere auch und wir müssen uns nicht überschätzen. Natürlich ist es schön, dass es Menschen gibt und die Menschheit, aber letzten Endes ist es doch auch nur eine Evolutionsstufe unter vielen und das nächste Modell ist dann vielleicht das bessere Modell. Das ist ein relativ verbreitetes Denken, mehr oder weniger ausgeprägt und wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man wie wackelig das alles ist und vor allem wie, ich würde sogar sagen, gefährlich. Ich hatte mal eine Begegnung, ich erinnere mich mit einem sehr bekannten Hirnforscher, einem sehr bekannten Neurologen, das war in Österreich, ist einige Jahre her jetzt schon und er hat einen Vortrag gehalten und hat sozusagen diese These mehr oder weniger explizit oder ja, mal eigentlich explizit vertreten, dass aufgrund von Hirnströmen und alles unser Ich, unsere Willensentscheidung eine reine Illusion ist. Das Gehirn ist sozusagen eine Art biochemische Maschine und wir sind biochemische Maschinen und was wir als Freiheit wahrnehmen, als innere Freiheit, als freie Entscheidung, als Wille, ist eigentlich eine biochemische Illusion. Und wir sind sozusagen programmierte, biochemisch programmierte Maschinen. Und dann nach diesem Vortrag bin ich zu diesem Professor gegangen und habe mit ihm gesprochen. Ich war damals für ein Medium unterwegs, ich habe ein Interview vorbereitet gehabt, das dann nicht zustande kam mit diesem Professor, weil er sich zu provoziert fühlte von mir vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, Herr Professor, Sie machen doch sehr viele Reisen, Sie fliegen mit dem Flugzeug an viele Orte, Sie sind in Amerika aktiv, Sie sind in Europa, in vielen Ländern und Städten aktiv, Sie halten diese Vorträge. Jawohl, sagt der Professor, das mache ich, ich möchte auch die Leute aufklären. Das ist wunderbar, ich bin total für Aufklärung. Aber Sie behaupten ja in Ihren Vorträgen, dass wir alle unfrei sind, dass wir sozusagen biochemisch programmiert sind, also gar nicht entscheiden können, wer wir sind und wie wir sind und was wir denken und so. Also sozusagen wie ein Fluss, der einfach fließt oder eben wie ein Tier, das einfach instinkthaft durchs Leben geht, bis es stirbt. Und was macht das für einen Sinn, wenn Sie so viel reisen? Denn ich gehe ja auch nicht in einen Wald und versuche einem Baum zu erklären, dass er unfrei ist, dass er nur ein Baum ist. Sie aber fliegen und chatten durch die Welt und versuchen, Ihre These zu erklären, als hätten die Menschen, die zuhören, eine Wahl. Also als wären Sie frei, zu sagen, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Also Ihr Publikum und sich selbst setzen Sie letztlich in Ihrer Praxis als frei voraus, weil Sie müssen ja ein freies Wesen mit einem Vortrag überzeugen, rational von Ihrer These. Das machen Sie nur, wenn Sie voraussetzen, dass es ein freies Wesen ist, zu dem Sie da sprechen. Wenn Sie wirklich glauben würden, dass wir alle unfrei sind, also eine Art Baumsammlung oder eine Art Affensammlung im Zoo, dann würden Sie nicht zu uns sprechen, dann würden Sie nämlich schweigen. Ich gehe ja auch nicht in den Zoo und spreche zu Affen und versuche Sie zu überzeugen, dass Sie Affen sind. Der Professor hat mich, ich glaube, gar nicht verstanden. Was hat das mit meiner Theorie zu tun? Was hat das mit Neurologie zu tun? Er wurde relativ ungehalten und diese Begegnung habe ich nie vergessen. Habe ich nie vergessen, bis heute nicht, weil es ist schon eine Weile her, weil es symptomatisch ist für diese Diskussion. Die meisten Professoren und Spezialisten, die voraussetzen, dass der Mensch unfrei sei, dass wir Affen sind oder Bäume oder Flüsse oder im Wesen eigentlich einfach unfrei und keinen Willen haben, keinen Geist, nichts, was über die Natur hinaus weist, die ein sogenanntes naturalistisches Weltbild vertreten, die setzen aber diese Freiheit, die sie leugnen, immer voraus. Wenn sie Bücher schreiben, wenn sie im Fernsehen auftreten, wenn sie Begegnungen haben. Ich bin sicher, auch im Privatleben setzen sie sich voraus. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Professor, der sagt, wir sind alle kleine Affen und absurde, wir haben uns absurde Vorstellungen, dass wir frei sein, dass der, wenn sein Kind krank ist und er muss es ins Krankenhaus bringen, dass der dann denkt, ich gebe jetzt einen kleinen Affen oder einen Hund dort ab im Krankenhaus, sondern er denkt, das ist mein Kind. Und er denkt von diesem Kind als Mensch, also eben nicht als Affe. Das glaube ich also, wenn er ein liebender Vater ist oder eine liebende Mutter, dann denkt man nicht von einem Affen, wenn man sein Kind ins Krankenhaus bringt. Ich glaube nicht, dass das in der Praxis durchhaltbar ist. Darum, wenn Sie das nächste Mal so einer Diskussion folgen und auch mitbekommen, vielleicht auch im Privatumfeld, der Mensch ist doch gar nicht frei, es gibt gar keine Willensfreiheit, wir sind alle nur biochemische Maschinen. Wenn Sie das das nächste Mal hören, denken Sie daran. Die Diskussion, die Sie da verfolgen, macht ja nur Sinn, wenn die Leute keine biochemische Maschine sind, sondern frei. Denn diskutieren kann man nur mit Wesen, macht nur Sinn mit Wesen, die auch anderer Meinung sein können, also frei, die Ideen, die da geäußert werden, abzulehnen oder anzunehmen. Also die Freiheit wird im Grunde bei jeder Diskussion immer vorausgesetzt. Eine tatsächlich unfreie Natur ist diskussionslos, ist debattenlos. Tiere können zwar sich angreifen und schreien und markieren und evolutiv vorgehen, aber sie diskutieren nicht über Ideen und sie diskutieren auch nicht über Platon und Gehirn und Hirnströme und Sokrates und Religion und Kunst. Und sie machen auch keine Kunst und sie machen auch keine Geburtstagsfeiern. Sie bedanken sich übrigens auch nicht, wenn sie ein Buch geschrieben haben, Menschen, die ihnen geholfen haben, bei ihnen Ideen, also freie Wesen, die einem freien Wesen geholfen haben. Also das tun die alles nicht. Deswegen ihre eigene Praxis schon setzt voraus. Und noch eine Idee, um die Freiheitsdiskussion auf ein anderes Level zu heben. Also es gibt einen Denker, der heißt Strawson und man kann das nachlesen im Internet. Da gibt es einen Vortrag von einem Mann aus den 60er Jahren, Strawson, der Amerikaner, und der sagt in seinem Vortrag, sagt er, das ist gar nicht entscheidend, weil man empirisch ja auch gar nicht nachweisen kann, dass man Freiheit hat, aber dass in der Praxis wir alle das tun. Also wenn zum Beispiel ein Mann in einem Restaurant sitzt und von einem Hund gebissen wird, wird der Mann den Hund nicht verantwortlich machen für das, sondern den Besitzer des Hundes. Und wenn man einen Prozess führt gegen jemanden, der ein Tier besitzt, das einem anfällt, dann führt man diesen Prozess gegen den Besitzer des Tieres und nicht gegen das Tier, weil man ja sofort annimmt, das Tier konnte ja nichts dafür, es ist tatsächlich nicht frei. Es kann nicht entscheiden, bewusst zu beißen oder nicht zu beißen, ist Instinkt. Und beim Menschen kann man durchaus entscheiden, das wäre also was anderes, wenn ich da sitze im Restaurant und ein Mann beißt mich ins Bein, statt ein Hund. Da würde ich sagen, der könnte auch anders, der ist nicht so getrieben vom Instinkt und den könnte man jetzt sozusagen verantwortlich auch machen, voll und ganz. Vor dem Gesetz, vor dem Richter ist die Sache auch klar, der Richter verurteilt nicht an den Affen, aber sehr wohl an den Menschen. Und der Unterschied zwischen Mord und Totschlag, juristisch gesehen, kann man sich auch merken, ist genau der. Ein Mord ist eine bewusste, willentliche Tötung. Also ich töte jemanden ganz bewusst und willentlich. Totschlag kann ein Unfall sein. Ich mache es nicht absichtlich, der Mann ist aber trotzdem tot oder der Gegner. Und diese Unterscheidung, die moralisch entscheidend ist für einen Richter, hat die Person das wirklich gewollt oder war es ein Unfall? Die fällt ja dann weg. Also all diese modernen Philosophen und Bestseller-Autoren wie Harari, die jetzt da von der Unfreiheit des Menschen sprechen, müssten die ganze Rechtsprechung, die ganze Rechtstradition des Westens eigentlich theoretisch abschaffen und sagen, zwischen Mord und Totschlag gibt es keine Differenz. Übrigens, wenn Sie zum Beispiel an den Holocaust denken, sechs Millionen tote Juden, ja, das war dann, wenn die Menschen unfrei sind, die Nazis also auch einfach nur Affen und alle nur Affen, dann war das sozusagen ein Naturereignis. Stellen Sie sich das mal vor, wie grauenhaft dieser Gedanke ist. Überhaupt jeder Krieg, auch jetzt, was wir in der Ukraine erfahren, wären dann Naturereignisse. Das wäre wie ein Erdbeben, das dann die Leute wegspült, weil ja die Menschen sind ja Affen und können nicht. Also diese Idee ist einfach absurd und auch gefährlich, weil sie den Wert des Menschen, den Wert der menschlichen, der Stellwert des Menschen, ja, die Menschenrechte gefährden, weil wenn es keine, wenn Menschen nur Tiere sind, machen Menschenrechte auch keinen Sinn mehr. Und dann ist die Würde, die wir haben, die Unantastbare, die man schützen muss, ja auch dahin. Denken Sie mal darüber nach. Das ist sehr schwierig, das in einer einzigen Diskussion natürlich zu klären, aber die Konsequenz dieser Idee, dass wir nur Tiere sind, ist grauenhaft für unsere ganze Zivilisation. Menschenrechte sind weg, Mord und Totschlag ist das Gleiche, es gibt keine Verantwortung mehr. Also es wären Tür und Tor geöffnet für eine, ich sage jetzt mal, ganz grausame Gesellschaft. Und zum Schluss noch ein Zitat vom Schriftsteller C.S. Lewis, bekannter, weltberühmter Mann, der hat schon zu seiner Zeit sich nämlich herumgeschlagen mit diesen, er nennt es naturalistische Theorien und hat einen wunderbaren Satz geschrieben zu dieser Idee, dass der Mensch sozusagen nur ein instinktgesteuertes Wesen sei angeblich und hat diesen Satz zitiert, den ich hier als Schlusssatz bringen möchte, weil er so wunderbar ist. C.S. Lewis, Sie können diesen Autoren genießen, auch als Romanautor von den Narnia-Büchern, wunderbarer Autor. Ich zitiere hier seinen wunderbaren Satz. Wenn ich die naturalistische Kosmologie ernst nehme, also diese Idee, dass wir alle nur Natur sind und unfrei, dann falle ich nicht nur aus dem Christentum heraus, sondern auch aus der Aufklärung, aus Wissenschaft und Vernunft. Wenn der Verstand vollständig vom Gehirn abhängig ist und das Gehirn vollständig von der Biochemie und die Biochemie letztlich von einem blinden Fluss aus Atomen, dann kann ich nicht verstehen, wie die Gedanken aus einem solchen angeblich beschränkten Gehirn eine größere Bedeutung haben sollen, als das Rauschen des Windes im Wald. Damit sind wir wieder beim Wald. Denken Sie daran, das nächste Mal, wenn Sie mit Menschen reden, Sie behandeln Menschen letzten Endes nicht wie Affen oder wie ein Baum, eine Baumgruppe, sondern wie Menschen. Und Sie behandeln Menschen, wie wenn Sie Herz und Geist haben, sonst würden Sie nämlich gar nicht Sie mögen und Sie lieben und mit Ihnen diskutieren. Denken Sie daran das nächste Mal, wenn Sie irgendwie hören, wir seien nur komplizierte Affen. Vielen Dank.